so das sind wir wieder und bevor wir jetzt hier den knopf drücken raste ich mal kurz dass er seine lebenspunkt etwas höher kriegt und wir vielleicht mal wieder einen traum sehen der ist ja auch schon längst mal wieder überfällig aber nicht so das dürfte erreichen an dem gruppe das drücken wir bald gegen knopf und da geht hier die wand auf die uns wieder naja die für uns wieder zurück in den bereich und hier scheint auch die wand aufgegangen zu sein ja ja stimmt die war ja schon vorher offen also jetzt haben wir hier den schlüssel hier auswachen wirft dann werden wir auch gleich schon auf so eine art und weise begrüßt ja genau nur der hartnäckige jäger ich höre feuerelementare und ich sehe druckplatten aber bevor wir hier jetzt auf die druckplatten draufstehen gucken wir erstmal was hier unten ist hier unten ist nichts ok können wir was auf die druckplatten drauflegen ja können wir die können wir nichts drauf legen da können wir nur drauf treten so dann legen wir mal auf die druckplatte auf die wir was legen können was drauf und da geht hier alles mögliche auf wir werden von spinnen und feuerleicht haben gelagert ah hilfe ja das ist nicht so gut ja genau hier ist das besser das ist wiederum auch nicht so gut ha haua okay wenn das so weiter geht gibt er hier deswegen nimm lieber mal einen schluck machen wir hier die tür zu ufala jetzt könnt ihr uns erstmal gar nichts deswegen können wir hier kurz rasten bis das gift abgeklungen ist und wir wieder energie und alles haben ja ich will da schon eine spinne rum rumkrabbeln die ist aber auch schon tot äh die richtung da ist auch noch ein ogre nein nein du bleibst schön da drin bitte ich muss mich jetzt erstmal hier umgucken ich weiß nämlich dass ich das zweite feuer elementar auch noch nicht getötet habe genau da ist es aua direkt auf den feuerball rein aber jetzt ist es wirklich tot und da ist unser freund der ogre aua direkt auf den feuerball rein ja kann ich stirb das war jetzt gerade ein guter schaden aber backstab jawohl map wo wollte ich jetzt hin naja da dann das können wir ja auch wieder die steine hier einsammeln er kann kurz was essen braucht sonst noch jemand was zu essen nein und dann mal kurz hier rasten wieder damit er sich hoch rein und sein gift abklingen kann und wir wieder mana energie für unsere magierin kriegen wo ist das ein raum hier zauber vorbereiten und da ist ein hebel und er macht diese tür auf hier bei einer spinne drin und feuer elementaren hier bei einer spinne drin und feuer elementaren vielen feuer elementaren ein paar zu vielen feuer elementaren für meinen geschmack einer weg der frostbolzen der hat getroffen hat ihn aber nicht eingetroffen dafür hat der ihn eingetroffen also ein bisschen unrealistisch was zu essen federcap was machst du protection plus 1 dexterity plus 1 plus 2 protection plus 1 stärke und du machst protection willpower nö den kann eigentlich niemand gebrauchen aber sie eine neue fackel und da haben wir einen weg und da haben wir ein feuer elementar aber wenn er die ist nicht so toll aua im cap mhm pitwood poet äh er kann noch wow er kann ziemlich viel jetzt eigentlich tragen naja er hat ja auch einen haufen stärke gekriegt durch das letzte level ab schuriken brauchen wir nicht gibt es hier sonst noch irgendwas sehe ich jetzt so auf dem blick nicht nur hier hier ist ein gang ein weiterer gibt es hier noch ein secret vielleicht ach hier ach das macht die wand wieder runter hm das macht dann hier einen direkten durchgang auf ok oh und jetzt sind wir hier ja jetzt sind wir hier einmal im kreis gelaufen hier raste ich nochmal kurz denn das könnte lustig werden mit der spinne da klar zu kommen ich bin ich immer da wo die spinne ist sind wir auch sicher weil die spinne wird nicht getroffen und wir werden ebenfalls nicht getroffen die spinnen die spinne sind eigentlich nicht getroffen die spinne einzufrieren und das war nichts klar da ist schon mal ein knopf der was auch immer macht da ist ein hebel der macht da die wand auf oder schnell zurück ok da haben wir jetzt noch mal großes glück gehabt dass da gleich der blaue krisse dass wir zum kristall zurück können durch den hebel das ist sowas von gemein mit der spinne so jetzt ist sie eingefroren jetzt können wir uns hier in ruhe umsehen knopf knopf der da was aufmacht ja gott sei dank jetzt sind wir aus dem schussfeld der spinne draußen the ward also die kammer die passt auf und da ist noch ein knopf der hier was aufmacht was macht der oh gut lustig das gefällt mir jetzt aber stirb spinne man was sieht die aus so für was war der knopf jetzt gut so im hintergrund höre ich da ist schon wieder eine da ist gerade eine wand auf und wieder zugegangen und ich glaube aus der ist gerade die spinne rausgekommen ah ja wie viel hier lightning bolt oh er hat vorerst im winter lightning bolt externe t plus eins kriegt sie ein gift super 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 toll ein gift na dann gucken wir mal jetzt in die wort rein hier haben wir ja jetzt alles wir haben ein secret gefunden hm die sieht irgendwie anders aus die wort als sonst eine schriftrolle und ich habe jetzt so viel zeug äh jetzt hat er ist er überladen gut was steht denn hier was steht denn hier das ist nur ein replikat das ist also nicht der echte des mäntler und wenn ich den weg nehme dann gehen hier die blitzschleuderer los ich lasse niemanden mit leerer hand gehen der hat eine leere hand die anderen sind alle bewaffnet gell ja jetzt gucken wir mal kurz ok da gibt es auch da steht hier jetzt auf der schrift nehmen wir wieder was genommen wurde und äh ich kriege es schnell zurück ah das war falsch Mist das war nicht schnell genug das war falsch das war falsch ok das war wieder nicht schnell genug also ich muss schnell Nein, das ist immer noch nicht schnell genug. Aua, das war jetzt zu langsam. Ah, gibt's doch nicht. Also ich verstehe schon wie das funktionieren soll. Nein. Okay, so geht das auch nicht und dann haben wir unsere Magierin verloren. Ärgerlich. Aber ich würde sagen, bevor wir hier jetzt weiter rumprobieren, speichere ich erst einmal und dann machen wir das in der nächsten Folge. Bis gleich.